Blablabla, jetzt bist du dran. Ja, ich bin mega happy, dass das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe wirklich am Anfang ein Bedenken gehabt, wegen der Akkus, dass die kalter bekommen. Wir haben hier auf dem Fluss überhaupt keine Chance, die zu laden können. Und ich habe zwar genügend Ersatz Akkus mitgenommen, mit der Kälte gehen sie auch schnell runter.